Was ist passiert? Lisa! Daisy! Over! Das ist erstmal wichtiger als dass du abkackst! Wie jetzt? Sitra oder was? Hallo? Dr. Earnhardt? Ich hab nicht gewusst, dass der stirbt! Dr. Earnhardt ist doch... Oh mein Gott! Go, go! Riley, wir müssen jetzt gehen! Let's get in, Riley! Oh mein Gott, Dr. Earnhardt ist einfach tot! Die scheiß Citra Leute da! Die Rakyat Busterhalle! Ich würd sie alle ausschlachten! Hard choices! Meine choices ist so klar! Ach, ich bin schon da! Ich bin schon da! Meeting Citra, Alter! Wie oft soll ich die noch mieten? Die dumme... Alle Tussi da! Das ist nicht wahr! Ich bring dir sowas von an, Alter! Pfff... 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 Where the hell is everyone? Citra, what have you done with my friends? I'm glad you return victorious! Hey! Where are you taking him? I'm helping you! We're gonna die jetzt umbringen, ne? Und Jason sagt, ist okay! Big, strong, powerful! Why would you want to go back to what you were? I'm going to go back to what you were! Now... You are perfect! It is my fault! I let you leave with all these burdens! Das Baffen hat dich verholt, aber das Gehirn ist nicht komplett. Was meinst du? Ich liebe dich, Jason. Aber du darfst nicht mir geben dir all meine Liebe. Ich weiß, wie schwer das muss sein. Es tut mir leid, zu sehen dich in pain. Citra. Ich will nur helfen dir. Ich will dich für die du bist. Ich will nur den Mann, den du bist. Es wird alles übersehen. Ich will dich auf die Däuse. Und du wirst dich frei von deinem Vergangenheit. Und dann... Ich will dich sein. What the fuck? Sie ist völlig, völlig auf Drogen. Citra. Citra. Was macht sie? Brody. Komm, mach deine Fesseln ab, Brody. Wie hast du das gemacht? Naja. Brody traue ich alles zu. Ich zeig gleich den Path of the Warriors. What the fuck? Entschuldigung. Entschuldigung, brennt für sie die Brücke auch? Oder sehe nur ich das so? Ich glaube, das letzte Tatau ist an meinem Penis. Ich glaube, das letzte Tatau ist an meinem Penis. Ich habe ihn unterburten, Jason. Ich hab ihn gemacht, Jason. Ah, ah! Ah, ah, ha, 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 ha! Ah, ah, ha, ha! Ah. Ah, ah. Ah, oh, god. Ah! Bitte nicht noch mal erschrecken, ich habe mich zuletzt erschrocken, als ich Silent Hill gespielt habe und sich die Tutsche teleportiert habe. Hier brennt alles, seht ihr das auch? What the fuck, nein, hör auf, Jason, 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 jetzt mal im Ernst, du hast noch nie auf mich gehört, aber dieses eine Mal, Jason, nein, nein, warte, save your friends, join Sidra, save your friends, save your friends. Gott sei Dank, du darfst dich diese Entscheidung treffen. Diese violence ist vorbei, ich bin fertig, keine mehr Blut. Ahhhh... Look at me. Stay with me. You don't need any of them. You are powerful on your own. Jason, I love you. Jason! What is wrong with you? She saved all of us. And you reject her love? Ahhhh! What? I love you. Don't leave me. I'm sorry. Zofata. 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 Zitra. Zitra, please. Please, do not leave me, please. Citra, I'm sorry. Citra, please, don't leave me. Dead game, Alter. Habt ihr auch gerade Gänsehaut? Wow. Ich will gar nicht wissen, wie das geendet hätte, wenn man... Nein. Gott sei Dank, hab ich nicht auszusehen, die falsche Monstersweg gerückt. Ich kann nicht zurückkommen. Ich bin ein Monster. Ich kann... ...feeln. ...die Anger in mir. Aber ich bin... ...wenn ich noch irgendwo in mir, mehr als das. Besser... ...als das. Wow. Jason hat es doch noch begriffen. Ja. Das war das epische Finale von Far Cry 3. Wow. Das war krass. Was so alles passiert, hätte man niemals am Anfang gedacht. Und welche verschiedenen Facetten dieses Spiel hat, hätte ich auch niemals gedacht. Ich bin, äh, sehr froh, dieses Spiel gespielt zu haben, ein Let's Play damit gemacht zu haben, und dass ihr mich begleitet habt. Und, ähm, ähm, ja. Das war's echt. Das war so lang. Über 50 Parts für dieses schöne Spiel. Der Jason Brody. Ja, ja. So ist er. Lest euch bitte schön die Namen durch, ja? Jeder Einzelne hat es verdient, dort zu stehen. Wahrscheinlich haben es noch mehr verdient, als die, die hier stehen. Alle, die an diesem Spiel beteiligt waren, ist da draußen. Ja, was mache ich als nächstes? Ich hab, äh... Erstmal werde ich mich nur auf Destiny konzentrieren, denke ich. Und dann werde ich entscheiden, so, im Laufe der Zeit, was ich als nächstes anfange. Und... Das war's echt mit Far Cry. Das ist so mega lange her. Weil, es sind ja nicht nur die über 50 Parts, die ich hochgeladen hab, sondern ich hab ja... ...ne Zeit lang mal immer nicht hochgeladen, und jetzt... Das ist so mega lange her, und jetzt beendet man einfach dieses Let's Play. Krass, und diese Arschbahn ist so scheiße lang. Ich trau mich nicht, es wegzudrücken. Soll ich's mal versuchen? Ich tue es einfach mal. Ah! Oh, ah! Ih! Ja, das war's. Was... Was auch immer als nächstes drankommen wird. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder mit ein. Wenn es wieder heißt. Musik 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 Untertitelung. BR 2018